Und apropos Lust, die Lipido wird auch gesteigert. Das ist logisch. Wenn Sie sich wohler fühlen im Körper, hat Ihr Partner auch was davon. Bis gleich. Bis gleich. Willkommen zu dieser allerletzten Live-Stunde. Heute am Feiertag bei HSE24 Extra mit Fit und Vital. Fit in Form mit Tommy Eichhorn. Das war der Tag des Tages. Ui. Aber wir schauen gleich mal, kommt und es ist ein Laufen wie auf Sand. Gleichzeitig haben Sie noch eine Fußmassage. Ach toll. Aber jetzt schauen wir auf unser super erfolgreiches Extra des Tages. Das System wird natürlich trotzdem aktiviert. Und wenn Sie ein bisschen fortgeschritten sind, ganz zwei, drei Handgriffe, dann die Armstöcke außen anbringen und dann, schauen Sie mal, Oberkörper, Schultern. Sie drücken und ziehen mit den Armen, dass hier im Schuh drin ist, wo sie wirklich hier ganz ein bisschen Wärme ist. Die Erfahrung zeigt einfach, wenn Sie so einen Schuh anhaben, dann im Schnee, im Wald, wo wir auch immer damals gelebt haben, gegangen. Und genau das simuliert dieser Schuh. Beate, eine verbesserte Körperhaltung. Wenn du dich einfach mal nur so seitlich hinstellst, nur mal ganz gerade stehst. Ruhig alle zusammen. Dann werdet ihr feststellen, dass ihr automatisch mehr auf der Ferse steht. Auch vielleicht nur in der Küche stehen oder bügeln, wenn Sie zu älteren Generationen hören. Weil der Körper anders steht. Sie sind automatisch aufrechter, als wenn Sie normalerweise ein bisschen mehr nach vorne gebeugt. Stimmt. Und mit diesem Schuh stehen Sie automatisch mehr auf der Ferse. Sie können mal kurz was machen. Stehen Sie mal bitte kurz zu Hause auf. Ganz kurz mal runter von der Couch. Jetzt machen wir interaktives Fernsehen. Ja, egal ob Sie Schuhe anhaben oder Barfuß, was auch immer. Ganz kurz mal aufstehen. Danke. Jetzt stellen Sie sich einfach mal ganz gerade hin und verlagern Ihr Gewicht ein. Hat aber nicht die Funktion gehabt. Ja, hat nicht die Funktion gehabt. Gleiches Material, ohne Funktion. Sie wissen das, Sie können gerne selber vergleichen auf dem Markt. Sichern Sie sich Ihre Größe. Das ist ein Schuh. Das wird Ihr Lieblingsschuh werden. Und bitte dann auch uns wieder hier behaupten. Da rufen Sie uns auch einfach mal stark begrenzt. Also gehen Sie am besten in die Sicht. 320-638 ist Ihre Bestellnummer. Und hier heißt es, effektiv etwas für den Bauch machen. Und natürlich, Ura Künter hier. Ja, dieses Gerät ist wirklich der absolute. Die gesamte Bauchmuskulatur, das heißt oben, unten, schräge, seitliche und aufgepasst. Nicht nur die Bauchmuskulatur, sondern eben auch die Rückenmuskulatur. Das heißt hier genau in der Mitte des Körpers und im Lendenwirbelbereich. Funktioniert ganz, ganz einfach. Das ist nur wie ein Stuhl quasi gehalten. Übrigens Miss Germany, Next Topmodel. Heute sparen Sie sich 20,90,98 Euro. Der kleine Aktionspreis, der aber nur noch bis morgen gilt. 320-638 ist Ihre Bestellnummer. Sie sparen sich 20 Prozent. Und nochmal, falls Sie sich gerade... Viel, viel besser. Aber um was geht es? Die gesamte Bauchmuskulatur wirklich zu kräftigen, die Rückenmuskulatur auch aerobisch im Sitzen machen zu können. Und das wollte ich Ihnen eben nochmal kurz zeigen. Ich stehe nochmal kurz auf. Denn das hier ist Ihr Widerstand. Der ist hier in alle Richtungen wirklich demer, wie Ihre Wirbelsäule eigentlich auch sein soll. Einen Stuhl setzen können, auch mit dem Abdoor-Twist trainieren. Es ist so praktisch. Bequeme, Entschuldigung, gepolsterte Sitzfläche hier. Dann die Arme einfach mal von oben zum Beispiel, außen, rechte und dann zu wechseln und gleichzeitig zu drehen. Da ist das ganze Unterkörper natürlich noch mit involviert. Das heißt Oberschenkel. Ah, ich sehe schon. Du bist schon... Spaß, das macht richtig Laune, was ich auch toll finde. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht. Mir ging es immer so. Was hinzukommt? Die Wirbelsäule, die Wirbel wieder zu durchbluten. Zum Beispiel mal die Armstöcke einfach nach oben zu schieben. Das hält von alleine. Sie halten sich hier fest. Der Widerstand. Da sehen Sie eben auch, dass bei jeder dieser Bewegung die gesamte Bauchmuskulatur bzw. Rückenmuskulatur schon aktiviert wird. Oh, das tut ihr. Was Sie noch machen müssten, bitte, am Anfang, wenn es zu Ihnen nach Hause kommt, diese kleine Schraube hier. Ganz, ganz wichtig. Diese DVD ist wirklich so ausführlich. Einer der besten DVDs, die ich wirklich je gesehen habe im Fitnessbereich. Und Sie haben ihn gesehen. Das System aktiviert. Das heißt, eine Frau, die hat sich dann schon wahnsinnig gesteigert in kurzer Zeit. Von drei Minuten auf fünf Minuten. Mittlerweile 20 Minuten über 70. Reicht einfach wenig Zeit aus. Und Zeit ist nun mal ein großes Problem hier. Natürlich von fast allen von uns. Das lassen wir hier nicht mehr gelten. Denn Sie können hier wunderbar schon einiges zeigen und sagen darf. Und dann sogar später noch mehr. Aber das ging jetzt zu sehr ins Detail. Aber weil wir gerade beim Thema sind. Wenn Sie fett. Und da wird natürlich die Fettverbrennung auch noch mit angeregt. Das heißt, der Kalorienverbrauch geht mit nach oben. All das mit dieser kleinen, leichten Handel, die nur 1,2 Kilogramm wiegt, die Sie nur, in Anführungszeichen, schütteln müssen. Beziehungsweise Frauenvariante. Ja. Die ist ein bisschen leichter. Denn durch das Schütteln wird das sehr effektiv. Oder wir hätten dann noch, ist auch immer unten für Sie eingeblendet, die fortgeschrittene Variante für Sie. Sich auch schnelle Erfolge zu erzielen. Und das, wo die Muskulatur, da wo Muskulatur trainiert wird, natürlich fettverbrannt wird. Diese wiegt 2,3 Kilogramm. Das ist was für die Männer ohne wenig Aufwand. Das ist dieses Prinzip. Sind oder sich sagen, ach meine Arme können ruhig mehr verkraften, dann hätten wir auch die fortgeschrittene Variante. Allerdings, ui, ich sehe gerade, bei der Anfängervariante, müssen Sie jetzt schnell sein, das sind die letzten gerade mal noch 163, oh jetzt schon 162 Stück. 307595 ist die Bestellnummer. Und das ist schon gerade, ich schlage dich, aber das sah jetzt länger aus, als es ist. Also, buh, gerade im linken Arm machen Sie den wieder aktiv. Der wird oft vernachlässigt. Ja, da wird auch die Koordination. Also wenn Sie Rechtshänder sind, meine ich. Ja, da wird auch die Koordination wunderbar. Das macht tierisch Spaß. Und Sie merken nach ein paar Minuten schon, also ich merke es tatsächlich so, puh, da pumpt was. Da ist tatsächlich der Bizeps, der... Oh, nochmal. Keine Batterien, kein Strom. Das ist aber irgendwie, ich spüre gar nichts. Oh nein. Nein, nein, von der ersten Bewegung weg, ja. Ohne Witz, ja. Drei, vier Minuten können Sie auch ins Schwitzen kommen, ist nicht schlimm. Herz-Kreislauf-System würden hier ausreichen täglich, aber ich sage, zwei, dreimal die Woche ist auch schon sehr gut. Und hier, 300% effektiver als traditionelle Handeln, weil einfach dieses Prinzip hier ausgenutzt wird, dieses wirkliche Schütteln. Und dadurch, nochmal, bekommen Sie... Ganz kurze Schüttelprogramm-Vorschau und sind dann gleich wieder da mit dem App-Door-Twist. Ist gleich. Variante. Genau. Und 24,99 für die Anfänger- und ja, auch Damen-Version, nenne ich es mal. Ja, würde ich auf alle Fälle einsteigen mit diesem Modell und dann kann man sich ja mal steigern bei Gelegenheit. So ist es. Jetzt machen wir eine ganz kurze Programm-Vorschau und sehen uns zur allerletzten Live-Stunde hier, heute bei Hase24 extra. Bis gleich. Gleich ist es soweit. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Bauch mit dem App-Door-Twist. Wir machen vorher nur eine ganz kurze Programm-Vorschau für Sie. Bis gleich. Spaß wollen wir Ihnen natürlich auch weitergeben. Lassen Sie sich nicht täuschen, Essie. Wir haben jetzt hier die Anfängerhandel. Und Tommy, wie funktioniert das? Ja, das ist nicht nur irgendeine Handel, wenn Sie sagen, ah, eine Handel, ich brauche doch keine Handel. Mein ganzer Körper gleicht hier dieses Schütteln mit aus. Das heißt, da hat die Wirbelsäule auch was davon, denn hier wird genauso stabilisiert. Also das merken Sie wirklich sofort. Die Arte schütteln es und dann werden Sie merken, wird die Muskulatur so aktiviert. Und meine Damen, Sie brauchen keine Angst haben, hier große, dicke Muskeln zu bekommen. Die können Sie eh nicht bekommen, weil da brauchen Sie Testoster... Ich kenne nur den Winkearm. Winke, Winkearm, ja. Was kennst du? Ja? Ich kenne ihn gar nicht. Du kennst ihn gar nicht. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Klar kennt sie nicht, weil sie regelmäßig trainiert und sich entsprechend ernährt. Aber als Model, da muss man natürlich auch gut ausschalten, sich wohlfühlen. Aber Sie wissen, was wir meinen. Aber Sie sollen sich auch gut wohlfühlen. Ja, genau. Es geht um diesen... Spürbar und spürbar, was erkennen lässt. Ja, vor allem von der ersten Bewegung weg. Meine lieben Damen zu Hause, möchten Sie Spaghetti-Träger? Danke. Spaghetti ist auch mal schlecht. Du als Mann weißt es, ich bin überrascht. Und dann, ja, so ein Spaghetti-Ansatz vorhanden ist, gerade hier hinten oben, wunderbar trainiert. Oder eben mit beiden Armen mal vor den Körper anzuspannen. Dann sehen Sie schon, in der ganzen Richtung, die Sie hier wirklich machen können, zum Beispiel auch mal hier hinter dem Körper, da wird es hier genau richtig. Denn Sie können hier mit dieser kleinen Handel, das ist nicht irgendeine... Da ist jetzt wieder die Zeit, ganz klassische Handel, mit der Sie solche Übungen machen. Nein, das ist, wenn Sie mögen. Kann man auch, ist 1,2 Kilogramm, kann man natürlich zusätzlich mal nehmen, wenn man noch... Sie sehen schon, bei Beate, Oberarme, Schulter, Brustbereich, Rückenbereich, und es geht auch um die Wirbelkörper, hier jedes Schütteln mit Ausgleichen. Hierbei, und der ist schon weg und es winkt immer noch. Oder diese Chicken Wings, und es gibt so viele Namen, es gibt so viele Namen mittlerweile. Zum Beispiel, wenn man eine Körperfettmessung macht, wird zum Beispiel auch im hinteren Ober... Stellen sich gerade hin, Schultern nach unten und schütteln die einfach mal von vorne nach hinten. Ein paar, ich möchte fast schon sagen Sekunden, sofort merken, hoppla, da passt... Sie müssen alles anspannen, den Körper stabilisieren, um mal von links nach rechts zu gehen, richtig standen, mal zur Seite zu gehen, mit dem Aufwand schnelle Erfolge erzielen und zum Beispiel eben auch für den hinteren Oberarm ganz speziell zu arbeiten, ein bisschen in die Knie zu gehen und dann hier wirklich wunderbar... Nicht nur die Arme werden trainiert, der ganze Körper, gerade im Stehen, ist involviert. Sie kennen vielleicht alle diese Stäbe, die, ich nenne sie mal vorsichtig Wackelstäbe, die oben und unten ein bisschen länger sind, der Bauch ist angespannt. Sie bekommen diese Anleitung mit nach Hause, es sind wirklich nur sechs bis acht verschiedene Übungen. Hier.